Ich hab's eigentlich mental, ich bin auch ein Held, ey. Einfach mit irgendeinem Scheiß raus, ne? Unglaublich. Unglaublich. Komm, ich haus erst rein. Ja, 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 mal den hier voll machen. Ja, 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 ja. Da ist er, ich wollte sagen, ich habe doch gerade irgendwo einen Sofostein gesehen hier. Ja, ja, ja. Jutti, jutti, jutti. Da wird kein Ofen mehr hinpassen. Auf jeden Fall nochmal Holzen jetzt. Oh, der ist schon unrefragged hier. Was ist denn hier? Ja. Ja, ja, ja. 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 Ich muss halt auch mal langsam eine richtige Butze bauen. Ja. 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 Mit dem bisschen Stein. Ja. 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 Oh, wieder zu zweis. Hey, was los? Triffst du nicht, oder was? Ja, komm, weil jetzt liege ich schon und dann triffst du nicht, oder was? Junge, Junge, Junge. Streng dich mal ein bisschen an, ey. Echt, ey. Das kannst du dir schenken, ey. Spacko. Das sind die Besten, ey. Ich muss jetzt auch endlich mal einen Schlafsack draußen hinlegen. Dass ich nicht hier immer ewig laufen muss. Gut, das kannst du eh knicken, jetzt hier im Dunkeln rumzueiern. Ja, das waren auf jeden Fall genauso eine Würste, wie ich auch bin. Da wollen wir uns ja nichts vormachen. Auch nur, weil ich dann drauf zugelaufen bin. Wenn ich wahrscheinlich weiter weggelaufen bin, hätten sie wahrscheinlich auch nicht getroffen. So ist es nun mal. Ja, da muss er mit leben, ne? Wenn du Solo spielst, muss er mit leben. Oder muss er halt auf den Solo-Server gehen. Müsste halt mal scrappen gehen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt wieder gefrackt werde, weil ich im Fight war. Ich werde jetzt erstmal einen Schlafsack draußen hinlegen. Falls nicht wieder einer vor der Brude rumpimmelt. So. Ich denke mal, hier sollte weit genug sein, dass er einen anderen Cooldown hat. Ich hoffe es mal. Müssen wir näher mal checken. Ja, ich laufe mal eben dahin. Ich gucke mal, ob ich beschossen werde oder nicht. Also ich meine von den Geschützen hier, ne? Von den Scientist, nicht von irgendwelchen Spielern. Ich dachte eigentlich immer, es zählt nur, wenn du halt jemanden getötet hast. Aber wie gesagt, vorhin, wo ich nur im Kampf war und dann hier lang bin, haben die mich auch beschossen. Also aktuell beschießen sie mich auf jeden Fall nicht. Also ich könnte es halt riskieren gehen, zu scrappen. Ja, das Schöne ist, hier kannst du natürlich peasy peasy farmen. Wir sind mit dem Stein. Also mit der Axt hat er mir vorhin auch gesagt. Pack die Axt weg, sonst schieße ich, ey. Warum auch immer. Na gut, die nehme ich mal eben mit, die beiden hier noch. Weswegen? Weil ich Solo spiele oder was? Ach, da gibt es doch genug Leute, die Solo spielen. Da ist auch gerade ein Baum gefallen. So, ich doch. Hey, was geht? Da ist er so doof und kommt her und greift mich an. Ja, soviel zum Scrappen gehen in der Nacht. Das kannst du also auch knicken. Muss ich am Tag machen. Weil ich jetzt hier mit dem ganzen Zeug in der Tische Dank zu rennen und dann abgeschossen zu werden, ist natürlich auch für den Arsch. Ach, guck mal her. Jo, wir gucken mal, ob wir jetzt zurück zur Butze kommen oder nicht. Findet ja alles nichts hier. So, ich jetzt hier noch zwei Karotts fahren und er schießt uns da gleich weg mit seiner scheiß Fackel herumren. Der baut da echt eine Bude, oder was? Ist das sein Ernst? Ich muss einen Bogen holen. Oder sind das die beiden wahrscheinlich, ja? Ja. Ja. Der ist auch schon wieder auf dem Weg Ich habe auch keine Ahnung, wo unsere Base steht Irgendwo hier müsste gleich sein Ach komm, mach 20 Der Typ da hinten war auch schon wieder unsere Ehe Ich habe so die Vermutung, dass hier wieder einer vor der Bude steht Na, hallo Ich habe so die Vermutung, dass hier eine vor der Bude steht Naja, aber war klar, dass das hier voll wird Also wie gesagt, hier bist du halt mittig, voll zentral Hey, jetzt macht doch nicht das Licht aus Das wird eh hell Das ist ja nur innen drin jetzt Oh ja, das geht natürlich auf Oh ja, das ist ja nur innen drin Leider nicht mehr Das war klar Genau, und noch einer von hinten Ja, genau Patrick, alte Säge Oh, da sind aber auf jeden Fall andere Also nicht die aus der Bude Hey, schön Ja, komm, jetzt bist du schon bei sieben Jetzt kannst du auch nochmal aufstehen Wie immer, ne? Gut, jetzt können wir mal checken Ob der Kulone gleich zu dem anderen passt Aber dann wird der auf jeden Fall da aus der Bude sein, oder? Aber ich glaube, die waren auch zu zweit, ne? Jetzt gibt es noch einen Erdruppi Der hat doch auch schon die Schnurze voll jetzt, oder die beiden hier, oder? Direkt in die Fresse Hey, du Vogel Ach nee, du bist da raus Okay Naja, die sind auf jeden Fall Er ist auf jeden Fall nicht alleine Gut Mit dem Schlafsack Kulone passt Das ist schon mal schön Jut, die haben auf jeden Fall auch schon Revolver Die beiden Oder die bauen noch eine zweite Base Von zu der anderen Base Aber das weiß ich Keine Ahnung Ich blicke jetzt nicht Ich kann es euch nicht sagen Die werden uns auf jeden Fall auf den Sack gehen jetzt Weil wir haben E3 zu nur Ich werde mir eh gleich erstmal was zu essen machen Von daher können sie sich erstmal hier austoben Und hier können sie sich nur angen Und hier können sie sich über 내려 ghost Und hier können sie skewersen Und hiertin Man könnte natürlich auch sagen, wir lassen das Ding als Dudbutze da stehen. Weil wie gesagt, das wird da wahrscheinlich eh noch voller werden. Und machen uns eine richtige Butze irgendwo ein bisschen abseits. Könnte man auch machen. Oder wir müssen die Art ausbauen. Beziehungsweise daneben an dann eine Vierer-Fundation mindestens bauen. Dass auf jeden Fall mal was weiter geht. Aber wie gesagt, hier jetzt zu farmen. Naja, dass so auf Dauer was wird, ist eine andere Sache. Gut, was hätten wir denn sonst für Alternativen? Alternativen gibt es genug, ey. Also Startdingen das Ganze schon mal ganz knicken. Ja, Kraftwerk ist halt schon so meins eigentlich. Aber Wüste ist so gar nicht meins. Von daher kommen wir da nicht wirklich übereinander. Aber ich kann mal... Trotz allem mal gucken, was da so los ist. Immer die Richtung. Aber ich denke, das wäre eine ganz gute Sache. Also wenn wir das Ding als Loot-Butze nutzen hier. Immer looten gehen. Und ansonsten irgendwo unsere Haupt-Butze bauen. Wo wir ein bisschen Ruhe haben. Wo wir auch farmen können. Weil dafür bin ich einfach zu wenig. PvP-Gott. Um da irgendwo ständig da... Weil die Tür offen ist, irgendwie in die Gefechte zu geraten. Ach ja, geht schon los hier, ey. Aber das Schöne ist ja... Das sind auf jeden Fall auch potenzielle Wait-Ziele, ne? Wenn wir da nicht vorher gewählt werden. In der Butze. Also ich würde da auf jeden Fall nochmal einen Vorsitzenden. Ein Viereck. Nochmal eine Blechtür rein. Dass es auf jeden Fall drei Blechtüren sind. Oder eine Steinwand, eine Steindecke. Wo sie durchgehen müssten. Das sollte reichen. Und dann ansonsten... Ich bin natürlich auch nicht ganz abseits. Das bringt mir auch nichts. So die Haupt-Butze. Aber irgendwo... Ja, wie gesagt. Kraftwerk wäre schon ganz geil. Kraftwerk bin ich recht gerne. Mit ein bisschen Glück ist da halt... Weniger los. Aber das checken wir mal aus. Wenn wir hinkommen. Wenn das nicht vorher jemand wegknallt. Könnte aber mal einen Schlafsack zwischenlegen. Und dann werde ich gleich sowieso erstmal essen. Ich denke mal so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann werde ich erstmal so anderthalb Stunden weg sein. Und dann geht's weiter. Kriegen wir schon alles hin. Die Rache wird unser sein. Ja, aber Solo ist auf jeden Fall... Ich habe jetzt die letzten... Ich weiß gar nicht, ich habe das letzte halbe Jahr. Habe ich ja nicht mehr Solo gespielt. Es ist was ganz anderes. Also wenn du lange nicht Solo gespielt hast, merkst du das erstmal wieder richtig. Du fängst an und gehst immer noch so rein. So, ja... Vollgas, ne? Fertig aus. Hast du noch einen, der so bei dir ist, so in der Art und Weise? So, ich würde auf jeden Fall hier mal einen zwischenlegen. Direkt nochmal einen zünden. Hallo. Was ist denn da Sau? Also hier ist keine Sau, hier sind Überzeihntests. Ist das trotzdem weg? Ach, wieder so ein Wassermoped hier. Juhu, das wäre so das letzte Grüne vor der Wüste. Wenn sonst was immer so eine Wüste gut Stein war, ne? Hier hätten wir auch nochmal ein bisschen Grün. Ich laufe mal ein bisschen Kraftwerk vor. Ich gucke mal. Bei dem Kraftwerk ist es halt gut Loot, auch ohne dieses Kartengedöns, ne? Klar, auch mit Kartengedöns, logisch, blaue Karte, auch grüne Karte, aber halt auch ganz gut ohne. Wenn du eine Schneejacke hast oder ein Suit hast und die alten Meiler hoch kannst, lohnt sich das schon. Was ist da los? Was ist da los? Zwei Butze nebeneinander oder was? Ne, eine. Hä? Das ist aus wie eine Butze, wenn du nicht rangehst, wirst du Loot. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh, das ist los. Aber hier scheint ja echt gar keine rumzueiern, oder? Ich bin mal gespannt, ob am Kraftwerk Boden stehen. Wenn ich mal mal einen Punkt sehen würde. Da. Gut, da wären wir auf jeden Fall schon. Und schon zu nah dran, um Schlafsack zu legen. Gut, da hau ich ihn da hinten in den Busch rein. Gut, da hau ich ihn da hinten in den Busch rein. Perfekt. Gut. 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 hier ist tote hose also guter platz für die haupt putze und wenn du etchen willst und radenwills und looten sponsor da drüben schauen wir mal ich werde es eh nicht wieder finden gut machen wir mal die probe auf example und legen uns einfach hier schlafen ja wie gesagt ich bin jetzt so anderthalb stunden weg erstmal was essen und dann bin ich auf jeden fall wieder da und dann geht es ja weiter dann gucken wir mal was hier denkt man das server wird noch ein bisschen voller werden aktuell sind es 35 leute ist aber auch jetzt erst vier stunden gewebt also von daher gut ich bedanke mich auf jeden fall für die da waren und wie gesagt so in anderthalb stunde bin ich wieder da bis dann ciao